Liebe Museumsfreunde, das hat erstmal gut getan. Es nützt alles nichts, die Inzidenzwerte sind wieder gestiegen und unser Museum muss wieder schließen. Im Moment ist das Haus geschlossen. Aber wir geben nicht auf. Wir warten auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.